Ja, so, dann bauen wir uns noch mal eben, oder gucken wir jetzt zumindest, ob wir genug Leder haben. Und ansonsten schlachten wir einfach ein paar Kühe. Das könnten wir sowieso mal machen. Oha, man sieht ja gar nicht, ob das Getreide gut ist. Ey, das bietzt einer so an, aber ich glaube, das ist fast alles gut. So, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Das ist noch nicht gut da. Und Samen, so. Zack, zack. Dann geben wir nämlich das gleich erstmal den Kühen und dann können wir auch mal ein paar Kühe nach abschlachten, dass wir an das wertvolle Leder kommen. Und vor allen Dingen an das Essen auch noch. Das ist ja mal ein schöner Nebeneffekt. So, das sortieren wir erstmal weg hier. So, 24. Mit 25 können wir sowieso nicht viel anfangen. Okay, ihr kriegt auch noch mal was ab. 18. 16. Wie viele Kühe haben wir denn überhaupt? Na, so viele Kühe haben wir sowieso nicht. Ist da jetzt noch eine, die keinen abgekriegt hat, oder? Ich glaube, die da hinten. Na, guck mal, jetzt findet euch hier. Hallo. Sind jetzt zusammen. Na ja, haben sie gefunden. Und ich glaube, da hinten, wenn jetzt nicht noch eine kommt hier. Ne, ihr habt doch schon an der, oder? Na, und wenn wir da hinten was geben, dann bringt uns das ja auch nicht weiter. Gut, dann kriegen die Schafe jetzt den Rest. Na, komm schon. Komm, ich habe noch zwei Getreide anzubieten. Ah, perfekt. Perfekt. Okay, das Tor, das machen wir mal eben dicht. Ist nur zu sicher heute. Und dann, tut mir leid, aber ich muss euch mal eben notschlachten. Oh, hey. Willst du bestehen bleiben? So. Du auch. Und du erst recht. Ja, so ist das Leben. Okay, ich glaube, eine können wir noch. Mal gucken. Ich glaube, sechs Leder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ich glaube, acht brauchen wir. Also muss wohl noch eine Kuh dran glauben. Und wahrscheinlich haben wir... Na. Sieben. Lichte vielleicht noch irgendwo was rum. Finden wir vielleicht noch. Haben wir vielleicht noch was in der Truhe. Äh, ich wollte doch nicht die letzte Kuh jetzt hier. Na gut, wir haben ja kleine Kühe. Okay. Ja, ich wollte kurz sagen, ich hoffe, die bringt dann auch Leder. Manchmal bringen die auch keinen Leder. So. Wenn wir jetzt die ganze Grube voller Leder haben, dann... Ne, okay, war schon richtig. Ich hoffe nur, dass... Ich habe mich nicht verrechnet. Und das reicht auch. Und warte mal. Äh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur gucken. Ja. Nicht, dass wir jetzt was Falsches bauen. Was wir gar nicht benötigen. Ah, perfekt. Gut, habe ich mich nicht verzählt. So. Können wir jetzt schon auf Tour gehen? Oder sollten wir erstmal... Nochmal... Na. Mal versuchen. Hallo. Ich will, dass beide Türen aufgehen. So. Ähm. Wie spät ist das? Oh, genau. Mittag. Ja. Was wir noch machen könnten... Haben wir irgendwo eine Wolle? Oder müssen wir uns... Kommen, wir nehmen uns noch ein Bett mit. So. Ich hätte zwar auch jedem Wolle farmen können, aber... Ah ja, was soll's. Das ist... Weil da können wir uns einfach mal... Zwischendurch hinlegen. Wenn wir... Ja. Ich weiß gar nicht, habe ich mir die Koordinaten gemerkt? Ach, im Notfall gucke ich dem Backup nach. Weil wir werden jetzt erstmal ein bisschen auf Tour gehen. Und ich meine, in die Richtung waren ja Schluchten. Wenn ich mich nicht irre. Ja. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal auf eine kleine Höhlentour. Oder Höllentour. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Das sieht doch alles wo ganz anders aus, Mensch. Das war alles früher so, weiß ich nicht. So unschön aus. Mal ein bisschen über die Bäume jumpen. Oh. Ja. Toll. Da wollte er nicht springen. Manchmal hat man das. Ich meine doch in der Richtung. Wo war denn das noch? Oder war das hinter der Farm? Also irgendwo war das so ein Gebiet, wo... Aua. Wo so ganz viele Schluchten waren. Das war aber auch mehr so eine plane Fläche. Also auch... Äh, ein Prärie. Ne, wie heißen das? Ja. Ach, weiß ich auch nicht. Da, wo wir halt auch gebaut haben. Hier unsere Farm. Das war doch noch woanders, Mensch. Oder war das hier hinter? Kann auch sein. Alter. Ich glaube, das war in der Richtung hier. Irgendwo hatten wir doch so viele Höhlen gefunden. Oder so viele Schluchten. Da war ja eine Schlucht nach der anderen. Kann auch sein, dass das hinter der Farm war. Das kann gut sein. Oh, mein Schweinchen. Beziehungsweise hinter dem Wald hier. Na gut. Ich würde sagen, wir gehen mal hier ein bisschen hoch. Und gucken uns dann mal ein bisschen um. Ist ja auch egal. Selbst wenn wir das nicht wiederfinden. Aber es könnte hier sein. Äh. Ja, ich glaube, das ist... Ich glaube, jetzt sind wir schon auf dem richtigen Dampfer, weil... Ich meine, ich sehe da... Aua. Ich sehe da vorne eine Schlucht. Und wir sollten dringend mal was essen. Nicht, dass wir jetzt hier krepieren. Auch wenn wir... Wenn ich nur Level 11 habe, aber... Muss ja nicht unbedingt sein. Das wäre ja auch schade. Wodurch haben wir das eigentlich jetzt wieder gekriegt? Wir waren doch letztens noch auf... Level 6. Uah. Oh. Das sieht aber extrem cool aus unter Wasser hier. Eieiei. Was ist, wenn ich jetzt eine Fackel in der Hand halte? Oh. Okay. Ja, am Tag sieht man es nicht. Okay, habe ich mir schon gedacht. Und ich meine... Ja, ich glaube, das ist hier richtig. Ne. Oh. Wir müssen hier echt, glaube ich, aufpassen. Das war doch auch so... Das ist auch so die grobe Richtung Dorf. Müsste das sein. Hinterm Dschungel hier. Ja, wir gehen mal in die Richtung weiter. Wir werden schon auf eine Höhle stoßen. Das sollte nicht das Problem sein. Aber ich würde echt gerne wieder... die Schlucht denn finden. Wo war denn das? Ich glaube, ich muss ja echt mal diese Mini-Map da installieren, ey. Und dann könnte man auch ein paar Wegpunkte sich markieren. Ah, ich glaube, in die Richtung war das. Oh. Was soll denn immer diese Mini-Rugler, Mensch? Vielleicht hätte ich doch hier... Vielleicht hätte ich doch hier... Ich glaube, das liegt doch manchmal an Google Chrome, was da im Hintergrund läuft. Das habe ich nämlich auch schon gehabt, dass das manchmal ganz schön Energie oder Ressourcen schluckt. Ach ja. Das müsste das Dorf wieder sein. Ja, immerhin haben wir das schon mal wieder gefunden. Das ist ja schon mal ne... Oder ist das ein neues Dorf? Äh. Das sieht so klein aus. Da steht auch nur eine Hütte. Haben wir schon wieder ein Dorf gefunden, oder was? Und da ist ein Lavasee. Da müssen wir auch immer wieder vorsichtig sein. Ja, Vorsicht. Mit Lavaseen, da habe ich es ja. Oh. Ja. Und dann am besten noch ruckeln hier. Was ist hier? Kein Lavasee. Gut. Ein Dorfbewohner. Möchtest du denn irgendwas handeln? Feuerstein. Ja. So. Feuerstein gegen einen Smaragd. Du hast sie ja wohl nicht alle. Andersrum vielleicht. Aber so rum nicht. Das ist ja auch geil. Habe ich auch noch nicht gehabt. So ein Einmann-Dorf. Das ist ja... Er sagt auch nicht viel, ne? Wow. Ist auch cool, dass man da so komplett runter jetzt gucken kann. Okay, die Sonne geht unter. Wir sollten gleich wieder zu Bette gehen. Ist das das Sumpfgebiet da vorne? Ah, guck mal. Oha. Ah ja. Oh ja. Können wir uns denn jetzt einfach hier mal so... ...hinlegen? Ah ja. La la la. Einfach mal im Freien über Nacht hin. Cool wäre auch, wenn man sich ein Zelt bauen könnte oder so. Ja, gibt's ja glaube ich auch Mods, aber... Ich meine das natürlich ohne Mods. Ich würde sagen, wir müssen uns da... Wir hätten mal Leitern mitnehmen sollen. Da habe ich nicht dran gedacht. Ganz vorsichtig. So. Wir basteln uns mal da ganz vorsichtig runter hier. Ach, das Blöde ist ja auch jetzt, wenn wir sterben. Na gut, okay. Dann kommen wir am Spawn wieder raus, weil wir das Bett natürlich abgerissen haben. Obwohl das auch nicht so schlimm ist. Habe ich einen Bogen dabei? Nein, natürlich nicht. Ach ja, den Bogen hätten wir auch mitnehmen können. Ja, das ist wieder so typisch. Die Hälfte vergessen. Dann hätte man nämlich die Skelette da erstmal... ...auslöschen können. Aber Eisen ist doch schon mal... ...ist doch schon mal ein ganz guter Fund hier. Mh, 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 Eisen. Eusin. Wie cool auch, dass der Wasserfall aussieht. So, Kohle, Kohle, Kohle. Oh, ja. Runtergraben ist eigentlich... ...darf man eigentlich nicht. Ganz gefährlich, gerade hier so am Rand. Ich habe immer so ein bisschen... ...siegt das, dass der Skelette da unten... ...nicht, dass uns das da gleich runterschießt. Das wäre nicht so optimal. Und da unten ist noch mehr Eisen. Sag mal so, solange hier keine Biene ist... ...auf der Biene habe ich nämlich jetzt... ...überhaupt keinen Bock. Ja, wir kramen uns hier einfach mal ganz locker runter. So. Und dann bauen wir da unten so ein kleines Räumchen. Da können wir nämlich dann noch das Bett reinpacken. Ich hoffe ja, dass die Schlucht jetzt nicht so ein Reinfall ist... ...dass da nichts ist. Okay. Ah, okay. Wir dürfen uns natürlich von dem Licht, was wir in der Hand halten... ...au nicht täuschen lassen. Weil wenn wir hier keine Fackel mehr anbringen... ...dann spawnen da ja trotzdem Monster. Ich wusste gar nicht, dass dieser Mod das mit drin hat. Eigentlich standen da andere Effekte irgendwie im Vordergrund. Sodass hier Zombies zum Beispiel, wenn die brennen... ...dass die dann auch unheimlich Licht absondern. Also dass das halt auch so strahlt wie jetzt meine Fackel in der Hand. Auf welchem Level sind wir jetzt überhaupt? Moment. Wir sind auf Level 46. Okay. Natürlich die Frage... ...wenn wir jetzt so ein kleines Fensterchen wollen. Oha. Höh? Sind wir soweit ab vom Schuss jetzt hier, oder? Normal müsste doch da rechts eigentlich die Schlucht weitergehen. Obwohl, die geht so rum, ne? Hm. Okay. Dann müssen wir uns sowieso hier mal... ...müssen wir jetzt mal so weiter nach rechts gehen. Okay. Natürlich hier mal ein paar Fackeln setzen. Oh. Na, hier nicht. So. So. Ah, okay. Oh, ich wollte doch gerade sorgen. Oh, Eisen. Eisen! Theoretisch müsste man... Oh, ein Creeper. Den sieht man aber gut. Äh, theoretisch müsste man hier irgendwie ein Gitter oder sowas reinbauen. Okay. Ich baue mal eine Werkbank. So. Und dann machen wir mal so. Machen wir mal ein Zäunchen. Oder auch zwei. So. Und, äh... Ja, Moment. Zack. Vielleicht bauen wir auch noch einen dritten. Ja, okay. Sind ein bisschen mehr geworden. So. Dann haben wir da so ein bisschen das vergeteert. Ich hätte da auch gerne ein Fenster oder einen Eisengitter reingebaut, aber... Wir müssen halt das nutzen, was wir dabei haben. So. Und jetzt kommt hier nämlich ein Bett rein. Ich weiß gar nicht, ob es schon wieder Nacht ist. Ne. Sieht nicht so aus. Das sieht nicht so aus. Aber Eisen ist doch schon mal wunderbar. Wunderbärchen. Oh. Das hätten wir, wenn wir uns nicht so durchgegraben hätten, hier auch nie gefunden. Okay. Kann ich eigentlich jetzt mal die Playlist wechseln? Okay. Die Aufnahme funktioniert noch weiter. Moment. Das haben wir gleich, hoffe ich. So. Ich hab doch extra hier Höhlenmusik. Hoffe ich zumindest, dass das richtig ist.